meine lieben leute was geht hier auf erosion suchen und zerstören dabei ist auch noch der leon hallo leute wir haben gerade mindestens drei videos gemacht in dem einen waren hacker der andere hat geschluckt bis zum geld nicht mehr richtig krass die leute so leute am liebsten am sporn am sporn abgoben hoch am sporn die berlin er das war nicht so gut ein karl packt man ein quickscope künftig so in folgen Nein! jetzt wird rasiert Boah, NINE! Ja da war er Glaub ich Okay, egal Das bin ich, Bro Oh mein Gott, schlechter Quickshoop Schlicht, Schlicht Komm gleich mit mit mir. Wo bist denn du? Boah! Der hat mich vielleicht mit Wurfmesser gekillt. Ja, ich weiß. Der kann das. Jetzt geh doch mal von mir weg. Ja, da ist einer. Chill doch. Ja, ich seh ihn. Nicht, dass er ein Collateral macht. Der kommt von hier. Ja, der spielt nicht mehr mit Dingen. Der spielt mit ACR, pass auf. Dumme Schwucht. Leute, guck es euch an, Alter. Du rasierst die Einmalige. Und dann pissen sie sich fast ein und spielen hier mit... Boah, nee, Alter. No Hand, ey. Kannst nicht zielen, Kalle. Das ist dumm dafür. Und der hintranschießt mit Barett rum, Alter. Ey, ich spiel mit normalen Waffen. Nein, wenn, dann bin ich schon hier so gescheit. Ja, aber die rasieren uns schon. Ja. Ja, dann spiel ich halt mit normalen Waffen. Nein! Ah! Das war's. Mit Partner. Ey, ohne Witz. Er kommt nur von hinten, halt was für eine. Nein. Wenn ich jetzt mit einem Account spielen würde, würde ich ihn rasieren. Junge, was... Lernen machst du Zielen, Alter? Ja, ähm, der Lern hat übrigens... Oder das ist der Account von seinem Bruder. Also... Trotzdem immer schön aktivieren, weiter trinken, ne? Nicht vergessen, nicht vergessen. Das Ziel zerstört. Wir haben die Bombe gesichert. War da! Oh, scheiße, der hab ich richtig. Der war, glaube ich, gerade noch der zweite. Boah, wo? Nein, hinter mir! Ey. So, der hört mich ja nicht, gell? Ups. Doch, ich hör dich. Ah. In meinem privaten Chat. So, ja. Digga, ich geh essen. Ich geh schnell essen. Dein Ernst? Jetzt warten wir. Ich mein Ernst. Guck mal, Alter, wie viel er schluckt. Jawohl. Und noch mehr. Wart noch, bis das... Boah, Alter. Der Zippert, kein Aim. Ist doch fertig. Yo, also Leute, es war eine kurze Runde. Aber, naja. Yo. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Akt-Mail. Tschüss. Euer... Kein Blan, wie du heisst. Ciao.